Vom Gewerbverein Dornach sind wir jetzt hier beim Dennerz Dornach einkaufen für unseren Event, den wir heute hier oben haben. Und heute Mittag wird jetzt Smidz Dornach kräftig arbeiten für den Apera. Hallo zusammen, hallo miteinander im Smidz Dornach. Der Gewerbverein ist beim Dennerz Satellit in Dornach einkaufen. Und der Apera und ich stellen es mit Stryfa im Gewerbverein heute hier oben. Und ich und Marina, die jetzt den Apera mit den Kindern zusammen vorbereiten. Genau, und die Kinder machen das sehr gerne. Schaut uns doch bitte zu. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020